Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Borderlands 2 und zwar im ersten DLC, im letzten Part haben wir dieses DLC begonnen wir haben uns hier in dieses Dorf gekämpft und müssen jetzt in den dunklen Wald gehen der hier will uns das aber verweigern, deswegen mussten wir erstmal Badass Missionen von ihm machen die wir jetzt gemacht haben und dann würde ich sagen, geht's weiter Hier ist, hab ich recht, neue Mission, ich will dass ihr den Ozean in die Luft jagt Schaffst du ihn uns bitte vom Hals? Also gut Mr. Tork, ich verbanne dich An den Pranger An den Pranger! Wahnsinn! Ich bin ebenfalls Bevelin, der Torwächter Ich werde euch Zugang zum Wald gewähren Ihr werdet die Schrecken des Waldes nicht alleine überleben Ich werde mich drinnen zu euch gesellen und euch als Führer dienen Okay, es gibt ja auch anscheinend Nebenmissionen, die werde ich aber denke ich wieder offline machen Zumindest zum großen Teil Und ja Ich werde auch schauen, wie viele DLCs ich mache, nämlich Ich muss schauen, wie lange die gehen Wenn jedes DLC so lang geht, wie das eigentliche Spiel, habe ich darauf auch keine Lust Wenn alle DLC zusammen Dann würden alle DECs ungefähr so lange dauern, wie das eigentliche Spiel würde ich noch machen aber ansonsten wenn es länger wäre würde ich glaube ich sein dass der ist tot mir wieder das ist eine bessere version von mein deswegen nehme ich das oder ja eine schnellreise machen wir sind eigentlich in gebieten aber jetzt machen wir jetzt nicht verdammt ich wusste ich hätte kein tolles haben soll ich meine über die schaden die schaden ich muss mir denke erst mal so dass wir jetzt hier ein spiel wir machen jetzt genug schaden dass ich gleich wenn ich mich die luftjagre wieder ausgereicht ja ganz schön harte gegner operation ich übertreibe stimmfieren die namen vor allem ich habe zweimal mit dem raketenwerk mal daneben geschossen radio meins so was haben wir hier schlechte waffen dann sollten wir den edelstein folgen eine fehlende die hauptstraße lang und alles ist cool das ist das nicht arschgeil wenn ich euch töte das ist vielleicht ein Fahrrad aus euch oder so boah die leute mögen fahrt du magst mich doch das klingt mir jetzt ich helfe sie helft mir jetzt alles schneller oh neben vaterkunden sehe ich gerade aber ich lasse es jetzt mal ich bin nicht zu weit weg hier drüben folgt mir ich glaube die königin ist da entlang gegangen ich würde ja wieder dann tausch da steht, ihr müsst die artefakte baden in den saften des blablabla scheiss drauf jedenfalls müsst ihr wohl blutfrüchte sammeln okay ja jetzt das ist eine Blutfrucht aber irgendwo ein Tor das sind dann wohl die ganz normalen banditen das sind dann vermutlich hier die wie heißen das die wenn sie ihren kopf verlieren so ausrasten die goliath so hießen die show könnte ist momentan recht gut da die meisten gegner nahe kämpfer sind das ist eine schotztrohe eine auffälligere als die andere und muss ein würfel würfeln erst mal 13 also hört es desto besser ist die waffe was war denn das jetzt gleich muss den aug in die luft lagen er kommt zurück seine ausweichschritte hier ich glaube ich habe nicht dabei zu gut aus aber ist das stehen geblieben also doch noch schaffen wenn die waffen sind sind zwar nur grün aber trotzdem hier macht mehr schaden aber in allen anderen schlechter was ist mit den loben kriegs ja was ist das auch kaum schon wie du passiert eigentlich immer wenn ich meine ulti aktiviere doch wo soll ich denn lange um mich ist niemand in die luft jagen kann auch die kleiner krieg niemals dauern und vielleicht doch das ist viel zu viel schaden auf meinen raketenwerfer scharf jetzt geht erstmal auf die jungs heute aus aber ich werde das scheinbar niemals so ein kleiner irgendwo so ein schimpf hier vielleicht krieg ich den noch da an Ich glaub zwar nicht, aber die Hocken ist doch Toilette. Nippe hat nicht gereicht. Lass mich deine Schreie hören. Gott. Scheinst du als ob die ein bisschen über mein Level wären. Vielleicht muss man auch die Nebenmissionen machen, damit man es überhaupt schafft. Ich renne jetzt glaube ich einfach durch. Der ist ja gerade ein bisschen abgelenkt. Zumindest der fette anscheinend. Deswegen renne ich jetzt einfach mal durch. Okay, das lief bisher ganz gut. Ihhh. Das sind diese Früchte, die wir auch brauchen. Das bebt ja so. Wow, du hast nicht erwähnt, dass die Blutbrucht an den Tree-Eggs wächst. Ja, gut. Aber, dann ist es wohl genug, um die Frucht zu schnappen, ohne vorher den Baum zu töten. Frucht zu schnappen, ohne Baum zu töten. Das ist easy. Nein. Oh, mein Schild ist weg. Ich muss kurz warten, bis ich richtig drehe. Nicht so. Ich muss aufschauen. Ich brauche den Kopf dann noch. Das haben wir hier. Stoffen wir, dann nämlich mal mit. Das kann im Grunde weg bleiben. Ich fähre auch die ganze Zeit. ich stalk mich, ist ein Fan oh, da ist auch dieser Kriegsherr schon wieder an denen laufe ich lieber mal vorbei in diesem Fall werde ich auch denke ich noch ein bisschen leveln damit ich jetzt nicht die ganze Zeit am verrecken bin aber diese Feche, die wird mir als Feind angezeigt, obwohl sie mir hilft zumindest wenn ich sie fange gut, beschmiert nun damit die Artefakte bitte so, Nummer 1, Nummer 2 hey, gut, was funktioniert das? unsterblicher Wald immer diese Wald da so gut, wenn jetzt hier schön ist oder den Ritter sehe ich schon Tina, wir haben dir doch gesagt, was mit Bloodwing passiert ist na auf jeden Fall, der ist so süß, wo ist er denn spielen wir einfach das Spiel in Ordnung stimmt, Tina hat ja auch gefragt, wo Roland ist anscheinend, entweder, ich glaube es kann sein, dass sie den Tod irgendwie von denen nicht so gut verarbeitet da ist, wo ist er denn hier richtig viel Glück, weil wir uns jetzt gerade im letzten Part ja, wow, dann kommt noch hier zum Spielen der braucht schon Schwerter, wenn man das hier haben kann mehr Fleisch für dich da gehört der Schmerz hin so, nichts können die dann haben wir hier, hier ist noch einer toll, der Balthusritter hat natürlich überlebt hier frisst ein paar Ganachen, Junge so stark ist er nicht ey, da wirft er eine Waffe frei weiter, damit deine Kinder nicht hören ich kriege das, dass er sich selbst in die Suchtjagd ist, mega scheiße irgendwie beziehungsweise ich selber schläge ich hab das Licht, der blickt ich darf den Bellis da scheint vor, erst alle gewesen zu sein ja, kann noch welche, aber ich schreit jetzt mal auf die hier ist auch schon ein Trainer in Nebenmissionen mutigter Spieler du kannst mich nicht kontrollieren ich darf den Bösen nicht unterliegen aber die nehmen mich schon, wenn ich wie bereits gesagt später annehmen ich laufe jetzt mal durch ich hab jetzt keine Lust hier auf jeden drauf zu gehen dann ist auch wieder dieser Typ schon wieder eine Sackgasse Sacksegment mir ist eben eingefallen, dass der nächste Kampf nur funktioniert, wenn Roland dabei ist machen wir einfach Pause, bis er auftaucht hör auf Roland wird nicht oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee der Torwächter sagt noch mehr orkisches Gekritzel da steht holt den weißen Ritter zurück, denn nur er kann den Weg öffnen und ich weiß auch genau, wo er ist der Punkt okay, dann gehen wir nochmal zu dem in der Folge hin, würde ich sagen und dann wartet auch mit dem Part jetzt haben wir da wieder ein neues ein neuer Gegner ein grüner Basilisk ja, komm zurück abhauen ist nicht ich hoffe, sie ist verdammt gut, gefällt mir hibility an als 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 das maul tötet ihr einfach das skelett und da kommt auf dem blut raus nur munition müssen wir nun lang scheint hier oben dann hier ja jetzt auch so ein punkt wo man wieder belitt wird was nie passiert das sieht nicht allzu prickelnd aus der luftschiffe die wir zerstört haben dann ist auch der weiße retter ich wette es ist vorland er sieht so aus ja wo ist es doch nicht jetzt ja wenn ich mal besser den part auf ins gemetzel zeig für ein bisschen randale der wird auch angeschlagen den krieg niemals fliegende gegner sind so scheiße gegen meinen charakter ich muss sagen das ist verdammt schwer aber fliegende gegner waren eh schon immer quali der nemesis von meinem charakter treffe ich welche mit den raketenwerfern das macht gut schaden daher trifft man die extrem schlecht jetzt weil wollen scaven geschützt jetzt einfach so tatsächlich an nummer eins ist weg droht nummer zwei man ist ein bisschen näher die weiter treffen ich darf mal nach wohl geht doch, wo ist das zweite? der letzte? ah ein grüner drache, ist der stärker? vermutlich komm her, mein raketenwerfer ist bereit da ist er, bleibt der auch stehen oder? die drachen falten nicht ein bisschen seltsam auch gott, ich habe solche gegner, die man mit solchen schweren raffen nicht so gut trifft da habe ich glaube ich gut schaden gemacht wir sehen schon seit ewigkeiten diesen revolver, braucht er lange dann auch mal einen neuen der kampf ist jetzt echt mega langweilig, muss ich sagen da lohnt es sich auch gar nicht meine ulti zu zünden, da wir ihn nicht treffen würden objekte mit controller zu treffen ist fast unmöglich ich glaube schon er ist fast down Geht doch. So. Reden wir noch mal schnell mit ihm. Ich würde sagen, jetzt machen wir den nächsten Part. Ich hoffe, ich... Ich kann euch sagen, treffen wir uns an dem... Sehen wir uns an dem nächsten Part wieder. Och Gott. Ich würde mich nicht wundern, wenn Tina selbst die Prinzessin ist. Okay, dann bringen wir Wallen noch da schnell hin und dann wende ich den Part. Bevor die noch weiterreden. Okay. Oder Schwert. Hömmlich ist das ein Sturmgewehr. Also... Die werden jetzt sicher noch weiterlaufen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier die Welt zu ändern und ich kann weiter. Wir sind schon recht nah an den... Hier an der Festung hier dran. Okay, das Skelett ignoriert die einfach. Gott, ich muss unbedingt noch die Nebenmission machen, damit ich vom Level her hoch genug bin. Die Königin ist aber nicht hier. Die Schrift besagt, wir könnten den Fluch mit einem einfachen Ritual selbst brechen. Gebt mir die Blutfrüchte. Wir werden den Fluch brechen und dann die Königin selbst finden. Aber das machen wir jetzt wirklich im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, bewertet den Part ruhig positiv. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.